hallo leute ich bin der meister der münzen und die heutige münze der woche kommt schon wieder aus der mongolei wir sehen allerdings eine aktuellere münze diese münze wurde geprägt im jahre 2021 ich befreie diese münze mal aus dieser wundervollen box finde ich auch alleine schon toll in szene gesetzt man kann sich das ding wirklich so ins regal stellen der hintergrund da ist auch der der mystische wolf wunderbar abgebildet jetzt befreie ich die münze mal wir sehen eine 500 to crop münze wie gesagt im geprägt im jahre 2021 die qualitätsstufe dieser münze ist polierte platte die auflagegröße war 2021 auch zweieinhalb tausend stück erschienen ist diese münze aus der serie oder in der serie wild mongolia der wert dieser münze liegt irgendwie bei sagen wir mal 150 euro hier ist auch wieder die wundervolle smart minding technologie angewendet worden um dieses diesen diesen wolf im hyrule verfahren wirklich wundervoll in szene zu setzen darzustellen auch die 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 linke seite jetzt in polierter platte da ist der wolf von vorne drauf abgebildet abgebildet als zweidimensionale abbildung rechts wie gesagt in diesem high relief verfahren toll finde ich wirklich mega genial und selbst die rückseite wo das nominal drauf zu sehen ist ist dann das gebiss sind die zähne des wolfes zu sehen also das ist schon das ist schon ein stück stück qualität muss ich muss ich muss ich ganz einfach sagen also es macht wirklich spaß zu sehen wie wie die firma cit coin aus lichtenstein was die so für münzen prägen das habt ihr auch in den anderen folgen der münze der woche gesehen also ich habe so ein bisschen mein herz an die mongolia verloren wenn ich mir die münzen so anschaue meine begeisterung lässt wirklich nicht nach wie gesagt das ist jetzt die ein unzen silber münze die gibt es auch diese münze auch als zwei unzen variante drei unzen auch da liegt der wert dann schon so bei 350 euro die münze ist auch in gold geprägt und auch im platin ich glaube die platin variante liegt so rund bei 2000 euro die gold variante bei zweieinhalb bis 2700 euro glaube ich ja wie gesagt ich kann mich an der münze wirklich kaum satt sehen und ich wiederhole mich da auch immer gerne es geht ja gar nicht nur um die münze als solches auch dass die verpackung da lässt sich der erfinder wirklich was was einfallen die münze ist fertig so stellt man sie sich ins regal kann sich wirklich andere an der münze erfreuen man hat noch eine wertanlage zusätzlich und ich könnte mir wirklich denken dass das solche münzen auch in fünf oder in zehn jahren noch hoch gehandelt werden zumal der silberpreis ja auch stetig nach oben geht finde ich diese münze berechtigterweise die münze der woche die münze der woche ist